Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video reden wir über das Coronavirus, dabei werde ich das Video in vier Kapitel einteilen. Was ist das Coronavirus, der Ursprung des Virus, Auswirkungen des Virus und Maßnahmen des Virus? In den Kommentaren findet ihr die Zeitangaben der verschiedenen Kapitel. Jetzt aber, let's go! Das unter dem Namen verbreitete Coronavirus löst die Erkrankung Covid-19 aus und wird in der Fachmedizin auch als SARS-CoV-2 bezeichnet. Dieses Virus gehört zu der Art Severe Acute Respiracy Syndrome oder zu deutsch schweres akutes Atemwegsyndrom. SARS-CoV-2 ist allerdings nicht das erste seiner Art, was man anhand der zwei im Namen schon vermuten konnte. Die sogenannten Coronaviren, welche sowohl Menschen als auch Tieren infizieren können, wurden erstmalig im Jahre 1960 entdeckt. Auch potenziell tödlich verlaufende Krankheiten wie MERS, Middle East Respiracy Syndrome oder eben SARS werden durch diese Viren ausgelöst. Bei den aktuellen Coronaviren handelt es sich allerdings um eine neuartige Form dieser Viren. Von vielen Medizinern wird das neue Virus mit dem SARS-Erreger verglichen, der 2002 und 2003 bereits eine Epidemie auslöste. Damals erkrankten über 8000 Leute an SARS, gestorben sind von diesen 8000 über 750 Personen. Die beiden Viren ähneln einander sehr, allerdings gibt es einen enormen Unterschied, der somit auch die ausgehende Gefahr der beiden Viren komplett unterscheidet und somit auch SARS-CoV-2 weitaus gefährlicher macht. Die Viren des SARS-Erregers vermehrten sich tief in der Lunge. Im oberen Rachenraum wurden zu seiner Zeit selten Viren von Forschern entdeckt, weil diese sich dort schlichtweg nicht vermehren konnten. Durch die Vermehrung in der Lunge fühlte sich die Person auch sofort krank und man konnte somit auch schneller handeln. Außerdem führte die tiefsitzende Vermehrung dazu, dass es circa eine Woche dauerte, bis die infizierte Person noch infektiös war. Da die Viren eine Woche benötigten, bis sie sich so viel vermehrt hatten, dass sie auch im oberen Rachenbereich aufwendbar waren, um beim Husten oder ähnliches ausgesondert zu werden. Bei SARS-CoV-2 ist es so, dass sich die Viren im Rachenbereich vermehren und somit eine infizierte Person viel schneller infektiös ist, aber nicht direkt richtige Symptome bekommt, da sie sich von dort aus erst vermehren müssen, bis sie Lungenbläschen angreifen können. Bei 80% der Erkrankten wird kein Krankenhausaufenthalt benötigt. Von den restlichen 20 brauchen wiederum 25 Intensivpflege, was bedeutet, dass rund 5% der Infizierten Intensivpflege benötigen. Übertragen wird dieser Virus durch die sogenannte Tröpfcheninfektion. Es handelt sich hierbei um eine Infektion, bei der Krankheitsentreger über feinste Speiche oder Schleimtröpfchen beim Sprechen, Husten und Niesen übertragen werden. Das Virus ist mittels RT-PCR im Sputum, im Drachealsekret, in der Bronchialverulären, Spülflüssigkeit und im Nasenrachenabstrich direkt nachzuweisen. Die Symptome für die Erkrankung Covid-19 lauten wie folgt. Laufende Nase, Halsschmerzen, Husten, Fieber und bei einem schweren Verlauf auch Atembeschwerden. Während der Virus erst Ende Januar seinen ersten Infizierten in Deutschland forderte, liegt der Ursprung über drei Monate zurück. Nein, es ist kein Fehlversuch einer Biowaffe, so wie einige Verschwörungstheoretiker das Ganze behaupten. Der Ursprung des SARS-CoV-2 liegt in der chinesischen Stadt Wuhan. Um genauer zu sein, liegt die Vermutung sehr nahe, dass es von diesem Meeresfrucht- und Wildtiermarkt stammt. Der chinesische Augenarzt Li Wenliang verfasste eine bedeutsame Nachricht in einer WeChat-Gruppe seiner Arztkollegen. In dieser Nachricht erklärte er, dass sieben SARS-Fälle auf dem Tiermarkt bestätigt wurden. Daraufhin wurde er von den Behörden mundtot gemacht. Der Vorwurf, er habe Gerüchte im Internet verbreitet. Schlussendlich starb er selbst an dem Virus. Viele Leute trauern um ihn und sehen ihn auch als Halsheld an, da er erstmalig darauf aufmerksam machte. Es gibt nun zwei Theorien, wie das Virus auf den Tiermarkt gekommen sei. Einerseits vermuten Forscher, dass es sich im Körper eines oder mehrerer Schuppentiere entwickelt haben könnte und von dort aus über eng Kontakt mit dem Menschen auf den Menschen übergegangen sei. Diese Vermutung wird auch dadurch bekräftigt, dass die DNA des Schuppentieres zu 99% mit der des Virus übereinstimmt. Außerdem ist das Schuppentier in China sehr beliebt. Das Fleisch ist eine Delikatesse und die Schuppen gelten als Heilmittel. Andererseits vermutet man, dass sich der Virus in Fledermäusen entwickelt hat und über einen Zwischenwirt auf den Menschen übergegangen ist. Diese Vermutung wird dadurch bekräftigt, dass auch die SARS-Epidemie von Fledermäusen ausgelöst wurde, so wie viele andere Krankheiten und Viren, darunter zum Beispiel Ebola. Außerdem gibt es 300 Meter entfernt von diesem Tiermarkt ein Forschungslabor, wo unter anderem an Fledermäusen und den über 10.000 Viren, die sie entwickeln können, geforscht wird. Bei der Fledermaus stimmt die DNA allerdings in Anführungsstrichen nur zu 96% mit der des Virus überein. Welche der beiden Vermutungen nun die richtige ist, konnte Stand 25. Dritter noch nicht geklärt werden. Da Coronaviren bereits bekannt waren, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis erneut eine Epidemie ausbrechen sollte. Dadurch, dass in China sowohl Mensch mit Mensch als auch Mensch mit Tier auf engem Raum leben, war es klar, dass es immer wieder zu neuen Erkrankungen aus China kommen wird. Am 20.01.2020 wurde von der chinesischen Regierung nun bekannt gegeben, was einigen Leuten bereits klar war. Experten schätzen dies als zu spät ein, da man die verlorene Zeit am Anfang nie wieder auffohlen könne. Wuhan ist eine große Stadt, welche in der Mitte von China liegt. Von dort aus pendeln täglich 100.000 Leute in alle Richtungen. Alleine am Wuhans Flughafen verlassen im Durchschnitt täglich 65.000 Menschen die Stadt und mit ihnen auch der Virus. Somit wurde aus der Epidemie relativ schnell eine Pandemie. Auch Deutschland erreichte das Virus relativ schnell. Ende Januar wurde der erste Fall im Bundesland Bayern bekannt gegeben. Erstmal sind die natürlichen Auswirkungen, dass es Infizierte und damit kranke Menschen gibt, die an diesem Virus auch sterben könnten. Dadurch kommt es natürlich auch dazu, dass Krankenhäuser sowie auch Friedhöfe überfüllt sein könnten. Doch zu der sogenannten Kurve der Infizierten später mehr. Ich möchte hier eher darauf eingehen, wie die verschiedenen Länder damit umgegangen sind und was so in Maßnahmen sie gezogen haben. Da ich in Portugal war, als das alles sozusagen eskalierte, kann ich euch auch von meinem Empfinden berichten. Ein Video über die komplette Reise wird noch folgen. Davor reden wir allerdings erstmal über die internationalen Auswirkungen, die allen von euch bekannt sein sollten. Ein großes Thema der Auswirkungen sind die sogenannten Hamsterkäufe. Jeder kennt sie und jeder hasst sie. Personen, die anderen Leuten die Lebensmittel oder andere Dinge wegkaufen, weil sie Angst haben, nichts mehr zu bekommen. Wie unsere Kanzlerin schon sagte, wird es immer Lebensmittelversorgung entgeben. Und das Hamstern ist einfach nur illoyal. Und Illoyalität ist das Gegenteil von dem, was man in solchen Zeiten wirklich gebrauchen kann. Eine weitere Auswirkung, die auch ziemlich bekannt ist, ist die Verbreitung von Fakenews. Auch eine Sache, die man in so einer Zeit echt nicht gebrauchen kann. Viele Nachrichten und Zeitungsfirmen ziehen natürlich ihren Profit aus der Sache. Oftmals wird extremer Clickbait betrieben, der sich im Beitrag meistens als eine Lüge bewahrheitet. Hier mal ein Beispiel der Bild-Zeitung. Die Bild verfasste einen Beitrag, welcher mir persönlich auf Snapchat vorgeschlagen wurde. In der Überschrift steht, 60 Jahre Ehe, Paar stirbt innerhalb von 2 Stunden an Corona. Der zusammengefachste Kontext ist ungefähr, dass das Ehepaar seit 8 Tagen infiziert war und keine medizinische Unterstützung genossen hat. An Tag 9 wurden beide ins Krankenhaus gebracht, wo die Eheleute in einem Abstand von 2 Stunden zueinander gestorben sind. Viel schlimmer sind dann allerdings die richtigen Fake News, an denen wirklich gar nichts stimmt. Und ich denke, dass ich gar nicht so Unrecht habe, wenn ich sage, dass es wirklich noch nichts nicht gab. Von Falschangaben bei den Zahlen über verbreitete Bilder zu aus den Kontext gerissenen Aussagen. Einige reden dieses Thema runter, als sei es nichts und andere haben so Panik betrieben, dass es teilweise erst zu Hamsterkäufen oder ähnlichem kam. Außerdem kam es auch dazu, dass zum Beispiel in Autos eingebrochen wurde, nur um Desinfektionsmittel zu klauen. Neben viel Loyalität gibt es auch sehr viele Egoisten, die in dieser Situation nur an sich denken. Vor allem, da man sich Dinge wie Desinfektionsmittel auch einfach mit Ethanol bzw. sehr hochprozentigem Alkohol und ein bisschen Aloe Vera selber herstellen kann. Außerdem reicht es vollkommen, sich einfach die Hände mit Seife zu waschen. Dazu könnt ihr noch eine FFP3-Maske sowie Handschuhe tragen, wenn ihr das Haus verlasst. Weniger zu rauchen und sich nicht ins Gesicht zu fassen, kann auch nicht schaden. Außerdem kommt es zu generationsübergreifenden Konflikten. Vor dieser Pandemie gab es ein anderes politisches Thema, welches sehr populär war. Der Klimaschutz. Während der Debatte um den Klimaschutz wurde der älteren Generation oftmals vorgeworfen, egoistisch zu sein und nicht auf die Zukunft Acht zu geben. Nun ist es so, dass die ältere Generation behauptet, dass die junge Generation egoistisch sei, da sie sich ihren Lebensstil nicht einschränken lassen wollen. Sowohl jung als auch alt sollten einfach aufeinander Acht geben. Dennoch ist es momentan weitaus wichtiger gegen Covid-19 zu handeln, als gegen den Klimawandel. Vor allem, da durch diese verschiedenen Einschränkungen die Erde auch mal aufatmen kann. Zudem kommt es dazu, dass einige in ihrem Beruf extrem ausgelastet werden und wirklich viel dafür tun, dass es egal, ob in einer Pandemie oder nicht, alles glatt abläuft. Ich möchte mich bei allen bedanken, die trotz der aktuellen Situation arbeiten und alles aufrechterhalten. Ein weiteres enorm großes Thema ist die Entwicklung der Wirtschaft. Der DAX, der Aktienindex, der die Entwicklung der 30 größten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes repräsentiert, ist in nur vier Wochen von 13.789 Punkten auf 8.441 gesunken. Bis der DAX wieder auf dem Stand von 2019 sein wird, wird es Jahre dauern. Die Wirtschaft hat wirklich einen harten Schlag erlitten. Dabei darf man neben den ganzen großen Konzernen definitiv nicht die Selbstständigen vergessen, die durch Schließung ihrer Einnahmequelle wirklich um ihre Existenz kämpfen müssen. Dabei rede ich von Einzelhandelsgeschäften, Restaurants, Bars, Hotels, etc. Wenn diese Personen ihren Laden zum Beispiel schließen müssen, gibt es keine Möglichkeit, weiter Geld zu verdienen. Das Bundesministerium hat allerdings veranlasst, dass man sich einen gewissen Monatssatz auszahlen lassen kann, je nachdem, wie groß der Betrieb ist. Die ganzen Länder haben verschiedene Maßnahmen getroffen. In Ländern wie Italien oder Spanien, die von dem Virus überrollt wurden, wurde direkt eine Ausgangssperre verhängt, um die Verbreitung einzudämmen. In anderen Ländern wird das alles Step by Step gemacht. Zu diesen Ländern gehören unter anderem Deutschland und Portugal und noch viele weitere. Jedes Land macht es anders, aber einige Maßnahmen sind weiter verbreitet als die anderen. Zum Beispiel Absage von Veranstaltungen, Schließung von Grenzen, Schließung von Läden, Restaurants und Unterkünften, Einstellung von Bahn- und Flugverkehr und Kontaktverbot. Während meinem Aufenthalt in Portugal waren wir einiger dieser Maßnahmen ausgesetzt. Wir begaben uns nach Portugal, um dort den Jakobsweg zu laufen. Dort fiel es uns von Tag zu Tag schwerer, eine Unterkunft zu finden, da die Unterkünfte größtenteils geschlossen waren. Als wir kurz vor der Grenze zu Spanien erfuhren, dass in Spanien eine Ausgangsbeschränkung verhängt werden solle, haben wir die Reise abgebrochen. Bis zum Flug verbrachten wir die Zeit in Porto. Dort hieß es Anstehen vor dem Lebensmittelmarkt und Essen bestellen. Unser Flug wurde mehrfach annulliert. Wir telefonierten mit der deutschen Behörde, die uns durch Auslastung ihrer Kapazitäten auch nicht weiterhelfen konnte. Den Flughafen konnte man nun nur noch mit gültigem Ticket betreten. Schlussendlich buchten wir einen 795 Euro Flug für zwei Personen, damit wir noch irgendwie nach Hause kommen. Da es auch fast keine anderen Flüge mehr gab, mussten wir ein Landeziel auswählen, welches 400 Kilometer Autofahrt von unserem Zuhause entfernt ist. Die Reise nahm ein wirklich nervenaufreisendes Ende. Forbes sollte direkt klar sein, dass wir hier ein Ziel verfolgen, nämlich die Kurve zu senken und somit die Zahl der Toten zu verringern. Wenn ihr ein wirklich sehr gutes Video zu genau diesem Thema sehen wollt, guckt euch sehr gerne das Video von Simplicissimus an. Ich werde mich für meine Aussagen auf die ziemlich gleichen Quellen beziehen. Zunächst sollte man mal klären, welche zwei Arten einer Pandemie es gibt. Auf der einen Seite eine schnelle Pandemie und auf der anderen eine langsame Pandemie. Eine schnelle Pandemie ist zwar schneller vorbei, aber kostet dafür auch weitaus mehr Leben. Bei der langsamen Pandemie würde es auch Leben kosten, aber durch die Verteilung der Infizierten auf einen längeren Zeitraum würde es deutlich weniger Leben kosten. Jedes Land hat nur eine begrenzte Kapazität des Gesundheitssystems. Sollte diese überschritten werden, da sich zu schnell zu viele Leute infiziert haben, kommt es dazu, dass entschieden werden muss, wer leben darf und wer nicht. Um das Ganze vorzubeugen, müssen wir alle daran arbeiten, daraus eine langsame Pandemie zu machen, damit es nicht dazu kommt, dass das deutsche Gesundheitssystem überlastet wird. Aber wie funktioniert das? Das einzig wahre, was hilft, ist die soziale Distanz. Verzichtet darauf rauszugehen und bleibt einfach zu Hause. Gute Beispiele gibt es viele, aber ich denke, dass ein Vergleich in der Provinz in China, in der das Virus ihren Ursprung sucht, am aussagekräftigsten ist. Am 20.01.2020, der Tag, an dem die chinesische Regierung erstmalig Informationen über den Virus veröffentlichte, waren es nur um die 10 registrierten Infektionen, die orangenen Balken. Während es in Wirklichkeit schon an die 1400 Infektionen waren, die grauen Balken. Die Zahl der registrierten Infizierten stiegen von Tag zu Tag enorm an, sodass am 23.01. Wuhan und am 24.01. auch 15 weitere Städte der Provinz in Quarantäne versetzt wurden. Am 23.01. waren es dann bereits schon um die 400 Registrierte und damit 4000% von den Registrierten drei Tage zuvor. Tatsächlich Infizierte gab es zu dem Zeitpunkt allerdings schon an die 2000 Fälle. Nach der Schließung der 16 Städte flachte die Kurve der tatsächlich Infizierten extrem ab und somit wurde daraus eine langsame Pandemie. Schaut man sich die Zahlen Stand 26.03.2020, 4.06 Uhr an, sprechen sie ein eindeutiges Bild. In der Provinz gibt es momentan 67.801 Infizierte und bedauerlicherweise auch 3.163 Tote. Allerdings auch 60.811 bereits genesene Personen. Tragischerweise gibt es allerdings auch Länder, die nicht darauf vorbereitet waren und eine schnelle Pandemie, die viele Leben kosten wird, nicht verhindern konnten. Zu diesen Ländern gehören vor allem Italien und Iran. Da euch die Situation in Italien bekannter sein sollte, werden wir die Zahlen als Beispiel nehmen. Durch die schnelle Ausbreitung gibt es in Italien mehr Fälle, als das Gesundheitssystem Kapazität hat. Somit kommt es zu weit aus mehr Todesfällen. Auf die momentan registrierten 74.386 Infizierte kommen leider nur 9.362 Genesene. Die Sterberate ist dabei allerdings erschreckend hoch. In Italien sind bereits 7.503 Menschen an diesem Virus gestorben und es werden von Tag zu Tag immer mehr. Und genau sowas darf in dieser Form nicht in weiteren Ländern passieren. Das klare Ziel ist der Hashtag FlattenTheCurve. Im Optimalfall wird die Kurve so abgeflatzt und die Pandemie so verlangsamt, dass Länder die übrige Kapazität ihres Gesundheitssystems nutzen, um anderen Ländern zu helfen. Soziale Distanz ist, auch wenn es schwer fällt, einfach sehr wichtig. Hier mal ein kleines Beispiel mit imaginären Zahlen. Bei keiner sozialen Distanz sagen wir, dass eine Person in 5 Tagen 2,5 Leute infiziert. Also jeden zweiten Tag eine Person. Wenn diese Person mit derselben Regel weiter Leute infiziert, sind es nach 30 Tagen ganze 406 Leute, die sich, wenn auch indirekt, durch diese eine Person infiziert haben. Halbiert man den Kontakt, sind es in 5 Tagen nur noch 1,25 Personen, was dann nach 30 Tagen zu 15 Infizierten führen würde, die sich indirekt durch diese eine Person infizierten. Halbiert man den Kontakt nun nochmal, infiziert man nach 5 Tagen nur noch 0,625 Personen. Das sind nach 30 Tagen auch nur noch 2,5 Personen. Bleibt einfach zu Hause, denkt an die immunschwachen oder alten Personen, die uns täglich das Leben des anderen versüßen können. Jeder hat eine Behandlung und vor allem das Leben verdient. Seid nicht egoistisch und geht raus, weil ihr nicht zu der Risikogruppe gehört. Wir sind eine Nation, die vor allem in solchen schweren Zeiten zusammenhalten muss und zusammen an einem Strang ziehen muss. Um nun jetzt auch noch mit positiven Vibes aus diesem Video zu gehen, zitiere ich hier erstmal einen Beitrag, den ich auf Twitter gefunden habe. Es könnte sein, dass in Italiens Häfen die Schiffe für die nächste Zeit brach liegen. Es kann aber auch sein, dass sich die Delfine und andere Meereslebewesen endlich ihren natürlichen Lebensraum zurückholen dürfen. Delfine werden in Italiens Häfen gesichtet, die Fische schwimmen wieder in Venedigs Kanälen. Es könnte sein, dass sich Menschen in ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt fühlen. Es kann aber auch sein, dass sie endlich wieder miteinander singen, sich gegenseitig helfen und seit langem wieder ein Gemeinschaftsgefühl erleben. Menschen singen miteinander, das berührt mich zutiefst. Es könnte sein, dass die Einschränkung des Flugverkehrs für viele Personen eine Freiheitsberaubung bedeutet und berufliche Einschränkungen mit sich bringt. Es kann aber auch sein, dass die Erde aufatmet, der Himmel an Farbkraft gewinnt und Kinder in China zum ersten Mal in ihrem Leben den blauen Himmel erblicken. Sieh dir heute selbst den Himmel an, wie ruhig und blauer geworden ist. Es könnte sein, dass die Schließung von Kindergärten und Schulen für viele Eltern eine immense Herausforderung bedeutet. Es kann aber auch sein, dass viele Kinder seit langem eine Chance bekommen, endlich selbst kreativ zu werden, selbstbestimmter zu handeln und langsamer zu machen. Und auch Eltern ihre Kinder auf einer neuen Ebene kennenlernen dürfen. Es könnte sein, dass unsere Wirtschaft einen ungeheuren Schaden erleidet. Es kann aber auch sein, dass wir endlich erkennen, was wirklich wichtig ist in unserem Leben und dass ständiges Wachstum eine absurde Idee der Konsumgesellschaft ist. Wir sind zu Marionetten der Wirtschaft geworden. Es wurde Zeit zu spüren, wie wenig wir eigentlich tatsächlich brauchen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also, hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Aber wieanti bis zum nächsten Mal. 나올 Untertitelung. BR 2018